Hallo, ich bin der Vincent. Ich bin der Bastian, ich bin der Raffir, ich bin der Max und das ist ein Alarmsystem für Überschwemmungen, wo man jetzt auf dem Arm ist, ist das beim Park, das piepst immer und je nachdem wie schrecklich das piepst, so hoch ist und wenn es ganz schrecklich piepst, dann ist es wirklich ganz knapp. Dann ist es kritisch und wenn es kritisch ist, dann schlinzt es auf und dann ist auch das Licht. Hochwasser und dann merkt der Bauer, aha, da ist jetzt Hochwasser, es wird knapp. So, ich habe gesagt, wir probieren es einmal aus. Ja, drei ist ja, man hätte es oft auch, umso mehr Wasser, das kommt. Und, das verändert sich immer. Sie schreibt, ach, ach, drei. Und, schreibt, 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 schreibt. Und dann, wenn es jetzt wirklich Hochwasser wäre, dann darf es anfangen zu piepsen und dann in der Nacht, da wird das Licht ganz und dann darf man sich ganz gut sehen. Und wir haben es auf rot geeinigt, weil es gibt keine Sterne, die was tot zahlen. Und dann, wenn es jetzt geht, schreibt, 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 schreibt. Gut.